ARD Text im Auftrag von Funk Ich studiere extrem meinen Gast. Ich studiere, was will der, wohin geht der, wo geht der seine Welt. Wir haben den Weih-Umsatz verdreifacht. Wir haben meine Bankettabteilung. Das ist für sie so einfach geworden, da kommt jeder und jeder will es degustieren. Wenn aber ein Stab-Palast draufsteht, wird gar nicht mehr degustiert, dann ist ja eh gut. Wenn irgendein Gast von Ihnen ein Pemphrit gibt, dann werden die zutraulich. Ich habe gesagt, ja mega, dann haben wir nachher Hütter. Ja, aber davon spricht nachher jeder. Das wird dann geförtelt und geht auf Facebook und überall hin. Wir machen dort Fliegenfische. Auf der ganzen Welt. Ja, in einer Rosa. Es hat gar keinen Fisch in dem See, ist völlig egal. Also es hat schon. Wir haben keine Spiesskarte, wir haben keine Weihkarte. Weil ich eigentlich auf den Gast eingegangen bin und gar nicht auf die Gastronomie. Ich meine, das ist unglaublich. Also wie funktioniert es ganz kurz? Ja, ich bevormunde meinen Gast dort drin. Der kann gar nicht bestellen, was er will. Er kommt einfach über was wir machen. Und das Interessante, ich bin natürlich von den Bankern oder von meinen Gästen ausgegangen. Oder auch von meinem Kader, den ich mir überlegt habe. Hey, wenn ich mit ihnen essen und Spiess kann, kann ich von jedem Einzelnen sagen, was er zur Vorspieße nimmt. Und ich weiss auch genau, was er zur Hauptgang nimmt. Sie nehmen ja eh immer das Gleiche. Du nimmst ja eh immer das Gleiche. Keine Ahnung, aber es ist ja irgendwie... Und dann habe ich mir gedacht, etwa 80% aller Banker, die essen immer auswärts. Und bringe ihn doch zu Hause zurück. Zu Hause kannst du auch nicht auswählen. Nein, ich bineeeeh Jahre Saat, der ist doch zu Hause. Ich bin fleeing blind. Alles,マ Ой. Ich bin tätig, nicht.